So, da sind wir wieder, neben ihm. Das Problem ist nur, dass ich nur einen einzigen leeren Tank habe. Den nehme ich mir als Aufdruck wieder mit, hier. Dieses Mal. Dass ich ihn hier austauschen kann. Und wir nehmen auch hier den Tank wieder direkt mit den leeren. Wir brauchen den leeren, ja. Und einmal austauschen bitte. Und zurücktauschen bitte. Das müsste es eigentlich jetzt gewesen sein. Sehr, sehr schick gemacht. Und alles unter Wasser. Und da ist er wieder. Der Cryo-Tank. Interessant. Und das ist die Dame, die da vor zwei Tagen wohl reingesprungen ist. Kann das? Die Dame kennen wir doch. Das ist auf jeden Fall echt nicht die oder der, die auf der Liste stand. Hey, hi, hi. Du bist okay? Du bist okay? Du bist okay, Howard, oder? Du bist okay? Du bist okay? Du bist okay? Du bist okay? Du bist okay. Du bist okay. Du bist okay. Du bist alleine, du bist nicht soign. Du hast nur noch einig. All ich kann sagen, ich werde dir sagen, ich bin hier für jemanden. Mein Name ist Donald Freeman. Ich war schon ein Janitor bei einerjsarch. The world up there, it's safe now. I came to get you all out. That's it. Who are you with? Randolph. I'm not alone. I don't know your history with him, but I locked him in a room somewhere else in the yard because I can't trust him. I came here with, uh, Randolph Jefferson. You've got to be kidding me. I know what it's like to think you're never getting out of a place. That you've been forgotten. That someone somewhere has decided your life isn't worth a damn. Oh yeah. That's not me. Your life is worth a damn. You are not expendable. And you have not been forgotten. Jetzt nehme endlich die Waffe runter. Ich kann nichts dafür. People call me Donnie. Mia. Now, can we get out of here, please? Give me a hand. I've got it. Whatever you've been through down here, everything's gonna be all right now. I'm so done with this place. No! Don't even think about it. What are you doing? No one else has to die here. I'm not here for you. What do you mean? No one else. Where is he? Where is he? Where is my son? Oh, your son. Answer me. Your son? None of us got to bring family. Look around. Everyone inside this Ark, inside this room, is someone's child, someone's sibling, someone's spouse. Every descendant inside Ark-01 is a prisoner. A hostage. Kept here to ensure complete obedience from those of us who are going to be in charge of the new world. What? You're out of your damn mind. No, he isn't. It's all true. Was? Echt jetzt? Krank. This place was always meant to be the Ark-programm's dirty little secret. Classified. No official records. But... You never expected, they would turn on you and take your son, did you? I only found out when we launched the missiles. What? Er hat die Missiles gestartet. All I could do was make my boy the equations top priority. Have it protect him here. Watching, listening, learning. Making sure nothing happened to him. The other descendants were a secondary concern. Okay. They launched the Missiles. They... No. You are responsible for killing everyone. Global annihilation. They planned it all. Wipe the slate clean. Start the new world. I uncovered the truth. Threatened to expose the senator here if he didn't get me a spot in an Ark. I leaked Ark-01's location to the press before the bombs dropped. In case he thought I was bluffing. I won't ask you again. I don't know. I don't know how this system works. I don't even know if your son is still alive. Then what good are you to me? Just stop. I swear. I will do everything in my power to get your damn son. Sprachbefehle halt. What did you do? The equation. It's found him. How did you do that? You're not going anywhere. What gave you the right to choose who lived and who died? To decide that you and your son were more important than everyone you left to die? What did you do? Wo ist die Arme jetzt denn? Wo ist Mia? Also wir wurden jetzt gefunden. Wahrscheinlich haben sie auch noch gesehen, dass wir geschossen haben. Keine Ahnung. Errungenschaft freigeschaltet, das wird Spuren hinterlassen. Es ist in Kontrollen, dass wir alle Systeme haben. Es ist immer noch zu erinnern, um die Descendern zu helfen. Warum sollte ich hier? Was? Als ich Sie in Kontrollen. Sie sind ein Gefängnis zu den Descendern. Wo sind sie? Jeder von Mark 01? Forget sie. Wörter uns über uns. Wir können nicht die Äquation zurückgehen. Es wird alles zerstört. Alles, was wir geschafft haben. Dann vielleicht sind Sie das, was Sie verdienen. Was macht ihr, dass es dir verdienen wird? Nur weil ihr alle in Arko 01 geholfen habt. Du denkst, dass du speziell bist? Du denkst, dass es dich schützen wird? Lokalisiere Donald Freeman. Warnung, Gegenmaßnahmen angelaufen, zum Überbrücken vermeiden. Kann mich grad drehen. Du denkst auch scheinbar durchsteuern jetzt hier. Nicht gerade das beste Bild an manchen Stellen. Darf ich uns auch die Gleichung steuern? Ich habe mich überrascht. Ich habe mich überrascht. Ach, wie ist das? Sie sind nicht überrascht. Herr, es ist alles weg. Nein, es ist in den Energie-Systemen. Es ist für uns. Wir sind in Zeit, Freeman, was du nicht sagen? me we all ran out of time long before this wasn't me that end of the world that's one of your main generators taken out of course you'd know that if you were a janitor but no slept through it all didn't you tucked up in your comfy little cryo tank this is your fault you were the one who released the equation why freeman why would you jeopardize everything we've worked for oh it was the right thing to do you trapped those poor people down there with no hope all i cared about was getting everyone out of that damn hole in the ground besides it wasn't me that committed genocide it wasn't me the hell to send this hostage it wasn't me who tried to stop arco one from getting the wake-up signals oh yeah i have to give him absolutely right with his ausfüge and the pflanzen are too hard here and faster it's also Wir sind mal unbeschadet durchgekommen. Wir sind hier, nicht wahr? Für die Böden, Freeman! Without us, without HQ, there will be no order, just anarchy! Our world will end! Tell us how to stop the equation! Why should I help you? Even if I could! I'm just a pawn and all this! I'm the only son of a bitch who couldn't live with myself if I didn't do something to try and help those poor people you trapped on the ground! If this is why I meant to die, then so be it! You brought this upon us! Not me! You did not speakable things. And why? Who ordered this? Who stood to gain from any of it? Who stood to gain from any of it? How are we supposed to rebuild this world, when the foundation is just as broken and corrupt as it was before the world ended? You tried to crush the hope of everyone on the planet! And force your will upon everything! You tried to destroy everyone's lives! You tried to plague God! But people always find a way! Don't you get it? You cannot keep people down! Do you hear what I'm saying? Look at me! You just don't get it! You never thought Randolph would get the upper hand, did you? Well now I have the upper hand! I'm the one enemy you can't defeat or blackmail! Friedman! 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 Stop this! Now! How did you do that? My name is Donald Freeman. Janitor of ARC 42 and ARC 01. I swear to protect the descendants from anything and everything. What are you doing? Are you a threat to the descendants of ARC 01? Stand down Freeman! That's an order! Then I guess you're expendable! As another time of FF 15 and ARC 01. What are you doing? It seems to be the end of the descendants from an ARC 01. It seems to be the most of you when I am doing. durchspielen müssen, weil es war ein verflucht geiles Spiel, kann man anders nicht sagen. Ultimatum, Episode 5. Die Storytelling, die Geschichtenerzählung dieses Spiels ist Hammer. Also ich fand es echt der Hammer. Ja, grafisch ließ es an manchen Stellen ein bisschen zu wünschen übrig. Man hat halt teilweise gesehen, was nicht Hintergrund ist und was Hintergrund ist okay. Aber ansonsten, es hat mir einen unglaublichen Spaß gemacht. Und ja, es war mal definitiv eine andere Art von Adventure. Und wie gesagt, also Storytelling mäßig ganz, ganz weit vorne. In diesem Sinne, abonniert mir meinen Kanal. Am liebsten den Carnie LP Kanal, das wäre super. Und wir sehen uns ganz bestimmt in einem nächsten Let's Play wieder. Hoffe ich zuerst. In diesem Sinne, tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020